Es ist Montag, der 28.08. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All in NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu möglichen Problemen bei dezentralen Crypto-Operations und einer positiven Markteinschätzung von JP Morgan. Ihr erfahrt von der Colavo von Doodles und Crocs sowie den ungewöhnlichen hohen Transaktionen beim Papercoin. Und neben unserem täglichen Blick auf den Crypto-Chart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf die Standhaftigkeit von Reverbill, dem NFT-Start von Velocity Series und einem Roundup zu Base von Coinbase. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Starten wir in den Montag dieser Woche mit einer positiven Einschätzung zur aktuellen Marktlage. Der jüngste Ausverkauf auf den Kryptomarkt neigt sich wahrscheinlich dem Ende zu, denn laut einem Forschungsbericht von JP Morgan, Chase & Co. sind die Liquidationen von Long Positions weitgehend hinter uns. Ein Rückgang in den positiven rechtlichen und regulatorischen Nachrichten in den letzten Wochen führten zu einer Verkaufswelle, die noch nachhalt. Allerdings scheint das Abwickeln der Position laut Analysten, einschließlich Nikolaus Panigizukulu, fast abgeschlossen zu sein. Dies basiert auf dem offenen Interesse an CME Bitcoin Futures Verträgen. Ein Rückgang des offenen Interesses, die Anzahl der offenen und aktiven Future-Verträge an den Börsen, deutet in der Regel darauf hin, dass ein Preistrend an Kraft verliert. Als Ergebnis sehen wir nur eine begrenzte Abwärtsbewegung für die Kryptomärkte in naher Zukunft, äußerten sich die Analysten. Am Freitag um 11.30 Uhr in New York lag Bitcoin, der größte Kryptotoken, bei etwa 25.980 Dollar, was einem Rückgang von 0,2% entspricht. In den letzten zwei Wochen ist Bitcoin um fast 12% gefallen, nachdem es zuvor etwa ein Monat lang seitwärts verlief. Frühjahr im Sommer erhielt Bitcoin Auftrieb durch verschiedene positive Entwicklungen für die Branche. Besonders hervorzuheben ist, dass Händler von einer Vielzeit von Anträgen, angeführt von BlackRock, positiv beeindruckt waren. Ziel war es, die ersten US-gehandelten Fonds auf den Spotpreis des Tokens zu starten. Ein Gerichtsbeschluss, der als günstig für Ripple Labs im rechtlichen Streit mit der Securities and Exchange Commission gesehen wurde, SEC, gab ebenfalls dem Gesamtmarkt Auftrieb. Die Hauptbegeisterung um diese Nachricht lässt nun nach. Händler warten auf die Entscheidung über die Genehmigung von Spot Bitcoin ETFs und die SEC bereitet eine Berufung gegen die Gerichtsentscheidung zu Ripple vor. Ein Ergebnis in diesem Fall wird nicht vor nächstes Jahr erwartet, so die Analysten. Dies bringt eine neue Runde rechtlicher Unsicherheit in den Kryptomarkt mit sich, die sie für weitere Entwicklungen empfindlich macht. Der Rückzug war auch teilweise auf eine umfassende Korrektur in Risikoanlagen wie Aktien zurückzuführen, ausgelöst durch überzogene Positionen in der Technologie, höher als reale US-Renditen und Wachstumsbedenken bezüglich China, so dieser Bericht. Am Freitag schwanken die Risikoanlagen leicht, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, signalisierte, dass die US-Zentralbank bereit sei, die Zinssätze bei Bedarf weiter zu erhöhen. Er beabsichtigt, die Kreditkosten hochzuhalten, bis die Inflation sich überzeugend in die Richtung des Ziels der Politikmacher bewegt. Das war unsere erste News für den heutigen Tag. Wechseln wir auf CoinMarketCap und schauen uns die aktuellen Kryptokurse an. Ein Blick auf CoinMarketCap zeigt auf Platz 1 Bitcoin 24.204 Euro. Das macht aktuell ein Minus von 0,33% innerhalb der letzten 24 Stunden. Auf Platz 2 Ethereum 1533 Euro. Auf Platz 3 Tether USDT 0,92 Euro. Auf Platz 4 BNB 202 Euro. Auf Platz 5 XRP Ripple. 48 Cent aktuell. Macht ein Minus innerhalb der letzten 7 Tage von 3,6%. Dann schauen wir auf Platz 9 Solana mit 1% im Plus. Aktuell 19,16 Euro. Polygon auf Platz 13 auch hier im Plus. 0,94 Prozent. Aktueller Preis 51 Cent. Ebenfalls im Plus auf Platz 18 Bitcoin Cash. 2,7 Prozent im Plus. Aktueller Preis hier 181 Euro und 78 Cent. Auf Platz 30 Hedera Token. Aktueller Preis 0,05 Euro. Das macht ein Plus innerhalb der letzten 24 Stunden um 1,89 Prozent. Auf Platz 41 der Maker Token. 988 Euro, 2,41 Prozent im Plus hier. Und auf Platz 49 Sandbox Token. 0,3 Euro. Macht ein Minus von 0,45 Prozent. Und auf Platz 50 Tezos 0,72 Prozent im Plus. 0,64 Euro ist der Preis. Dann schauen wir nochmal ganz kurz auf zwei Coins, die euch heute wahrscheinlich brennend interessieren werden. Zum einen, weil wir eine News dazu haben. Der Pepecoin aktuell hier ein Plus von 3,25 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden. Ein Preis von ganz vielen Nullen und 84 hinten. Aktuell liegt der Pepecoin auf Platz 89. Dann schauen wir nochmal auf den Worldcoin. Auch hier 3,58 Prozent im Plus innerhalb der letzten 24 Stunden. Aktueller Preis ist hier 1,19 Euro. Ist nicht mehr in den Top 10. Aktueller Platz 147. Wobei das Gesamtvolumen innerhalb der letzten 24 Stunden um 12,96 Prozent zurückgegangen ist. Das war unser Blick auf CoinMarketCap. Wechseln wir nun die Kategorie und kommen zu unseren heiß geliebten Web 3 Kurznews. Inmitten der jüngsten Vorschläge des US-Finanzministeriums zur Besteuerung digitaler Vermögenswerte brodelt es in der Kryptobranche. Das Umdenken betrifft insbesondere dezentrale Crypto-Operations, bei denen viele glauben, sie könnten nicht konform gehen. Miller Whitehouse-Levin, CEO einer Lobbygruppe für dezentrale Finanzen, bezeichnet den Vorschlag in Bezug auf selbstgehostete Wallets als zu weit gefasst. Andere sind besorgt, dass Anbieter wie Metamask und dezentrale Börsen wie Uniswap unter die Berichtspflicht fallen können. Kongressabgeordneter Patrick McHenry kritisierte den Mangel an Klarheit des Vorschlags, während Christine Smith, CEO der Blockchain Association, betonte, dass korrekt formulierte Regeln den Kryptoinvestoren helfen könnten, ihre Steuern einfacher einzureichen. Die Industrie hat bis zum 30. Oktober Zeit, Bedenken zu äußern. Gibt es dort einen positiven Aspekt? Ja, Crypto-Mining-Operations bleiben größtenteils ausgenommen. Das Web3-Lifestyle- und Entertainment-Label Doodles hat sich mit Crocs, dem weltweiten Vorreiter in Sachen legeren Schuhwerk, zusammengetan. Was ist das Ziel? Die Verbindung zwischen physischer und digitaler Welt. Wie immer. Am 29. August präsentieren sie eine Kollektion, die Mode und Technologie vereint. Die exklusiven Doodles-Crocs Classic Clocks, entworfen von Burnt Toast, dem Mitbegründer von Doodles. Dazu äußerte sich Julian Holguin, CEO von Doodles, unser einzigartiger Stil passt perfekt zur Marke Crocs. Es war großartig, mit einem Team zusammenzuarbeiten, das Innovation liebt. Jeder Käufer der Doodles und Crocs Classic Clocks erhält ein digitales Crocs-Box-Sammlerstück. Dies gibt Zugang zu zwei Doodles-Wearables und einem Beta-Pass für das Doodles-Studio, eine Plattform zum Personalisieren von Doodles-Charaktern. Crocs Senior Vice-Präsident Heidi Cooley betonte, dass sie gemeinsam eine einzigartige Kollektion präsentieren, die physische und digitale Welt verbindet. In so sämtlich allen kryptorelevanten Nachrichten hat der Pepe-Coin, ein beliebter Meme-Coin, seinen großen Aufschrei ausgelöst. Am Donnerstag wurden plötzlich Millionen von Pepe auf Kryptobörsen wie Binance, OKX und Bybit transferiert. Das war das erste Mal, dass die zentrale Multi-Sick-Wallet des Projekts Pepe-Token verschickte. Was die Anleger entschwitzen brachte, war ein plötzlicher Zustrom von über 16 Billionen Pepe-Token, der auch den Handelspreis beeinflusste. Interessanterweise wurde gerade vorher die Anzahl der benötigten Wallets geändert, die eine Transaktion bestätigen müssen. Früher waren es 5 von 8 Unterschriften, jetzt sind es nur noch 2 von 8 Unterschriften. Für diejenigen, die neu in der Meme-Coin-Welt sind, Meme-Coins wie Pepe-Coin, Dogecoin und Shiba Inu sind Kryptowährungen, die um einen Internet-Meme oder einen kulturellen Trend kreiert werden. Pepe-Coin wurde von Pepe, dem Frosch, inspiriert, während Dogecoin aus einem Witz zwischen Billy Marcus und Jackson Palmer entstand. Der offizielle Pepe-Twitter-Account gab an, dass drei ehemalige Teammitglieder die Gelder entwendet hätten. Innerhalb von 24 Stunden nach ihrer öffentlichen Unterstützung für NFT-Ersteller Royalties erlebte Rarible einen beeindruckenden Anstieg ihres Handelsvolumens um fast 585%. Diese Bewegung erfolgte, nachdem Konkurrenten wie OpenSea ihre Unterstützung zurückzogen und somit andere Projekte beeinflussten. Rarible will bis Oktober keine Sammelbestellungen von konkurrierenden Plattformen, die Royalties vernachlässigen, mehr annehmen, was diesen Volumensprung erklärt. Alex Salnikov, Mitgründer von Rarible, betont, dieser Raum handelt davon, dass Paradigma, wie Kreativität geschätzt und entschädigt wird, neu zu definieren. Während Rarible-Zahlen im Vergleich zu Rivalen bescheiden sein mögen, übertrifft es dennoch OpenSea und LuxRare. Ethereum-basierte NFT-Projekte haben laut Daten von Nansen im Juli ein Zwei-Jahres-Tief an Royalties erreicht. Ein Spiegelbild des wandelnden Kryptomarktes. Der Krypto-Gigant Bybit kooperiert mit dem Künstler Rick Ostenbroke für den langersehnten NFT-Start der Velocity Serious, einer Fusion von Technologie und Kunst. Am 24. August enthüllt der niederländische Künstler zwei NFT-Kollektionen für die Serie Momentum und Flowstate. Während Momentum ausschließlich für Velocity Pass-Inhaber zugänglich ist und Ricks Debüt in 3D-generierter Kunst darstellt, bietet Flowstate eine limitierte Edition von 1000 NFTs, die exklusiv an 1000 Velocity Pass-Inhaber verteilt werden. Im Herzen der Velocity Serious steht der Velocity Pass, ein Premium-NFT, der Zugang zu vier Bybit-NFT-Releases bietet, die mit den Grand Prix-Events in den Niederlanden, Japan, den USA und Abu Dhabi synchronisiert sind. Zusätzlich winken exklusive Preise von Oracle, Red Bull Racing und Bybit. Andy Lien von Bybit betont, diese Zusammenarbeit verbindet Technologie, Innovation mit künstlerischer Kreativität. Caroline Buckland von Oracle, Red Bull Racing ergänzt, die NFT-Zusammenarbeit feiert die Schnittstelle von Kunst, Innovation und Rennsport. Insgesamt demonstriert die Velocity Series die Kraft der Vereinigung von Technologie, Kunst und Rennsport impulsierenden NF-Thema. Das waren unsere Web3-Kurznews. Wechseln wir nun die Kategorie und kommen zu unserer NFT-News. In der heutigen NFT-News gehen wir ein bisschen mehr auf den neuesten Streich von Coinbase ein. Im ständig wandelnden Blockchain-Universum hat Coinbase nämlich einen mutigen Schritt nach vorne gemacht. Ihr habt es bereits in den vergangenen Podcasts gehört. Die Einführung von Base ihrer eigenen Layer-2-Blockchain. Ziel dieses innovativen Schritts ist es, die Skalierbarkeit und Effizienzprobleme, die traditionellen Blockchains seit jeher Heimsuchen zu bewältigen. Kurz nach dem öffentlichen Start erreichte Base unglaubliche 77.294 aktive einzigartige Wallets und hielt dabei einen Durchschnitt von 46.491 täglichen aktiven Wallets. Ein weiteres Highlight, die Plattform Frentech, die nur einer Woche beeindruckende 3 Millionen Dollar an Gebühren durch exklusiven Chat-Zugang generierte. Und nicht zu vergessen, die NFT-Trades auf Base summieren sich auf 557.347 Dollar aus 54.523 Verkäufen, wobei die Tiny Based Frogs Collection mit 37% das NFT-Handelsvolumen dominierte. Aber was macht Base so besonders? Base nutzt die Optimistic Roll-Up-Technologie, um mehrere Transaktionen zu bündeln. Dies reduziert die Last auf dem Ethereum-Hauptnetz und verbessert die Skalierbarkeit. Dazu kommt der OP-Stack, ein Framework, das die Entwicklung von Layer-2-Ketten vereinfacht und standardisiert. Base hat sich rasch zu einem Zentrum für dezentralisierte Anwendungen entwickelt, insbesondere im DeFi-Sektor. Dabei stehen die Stargate-Finance und die Uniswap im Rampenlicht. Aber auch im Gaming-Bereich zeigt sich Base stark mit Spielen wie Parallel, das aktuell großen Anklang findet. Die Tatsache, dass OpenSea von B&B-Chain-NFTs zu Base gewechselt hat, deutet auf das enorme Potenzial von Base im NFT-Bereich hin. Hinzu kommt die On-Chain-Summer-Kampagne mit Endelible, die Base weiter in die NFT-Welt treibt und die Kunstschöpfung demokratisiert. Innerhalb von nur zwei Wochen hat Base beeindruckende 12,8 Millionen Transaktionen verarbeitet und dabei 254 Millionen Dollar von Ethereum und anderen Chains überbrückt. Zum Vergleich, während Arbitrum 805 ETH für Gasgebühren ausgab, benötigte Base 1250 ETH. Diese Zahlen sah Ihnen klar, dass Base in Sachen technische Effizienz und Vielseitigkeit anderen Layer-2-Lösungen voraus ist. Zusammengefasst, Coinbase's Base ist nicht nur ein Pionier, sondern zeigt auch das Potenzial von Layer-2-Lösungen auf. Mit beeindruckender Nutzerbindung und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, darunter DeFi und NFTs, hinterlässt Base einen tiefgreifenden Eindruck. Es ist deutlich, Base steht an der Schwelle, die Zukunft der Skalierbarkeit und Nützlichkeit im Blockchain-Ökosystem zu prägen. Das war unsere NFT-News. Wechseln wir nun die Kategorie, gehen auf OpenSea und schauen uns die Top 100 der NFTs an. Ein Blick auf OpenSea zeigt Platz 1, Bored Ape Yacht Club. Aktueller Preis hier im Flur 26,5 ETH. Auf Platz 2, Mutant Ape Club. Wieder weiter nach oben, 5,48 ETH im Flur. Auf Platz 3, Degords 4,8. Auf Platz 4, CryptoPunks. Auf Platz 5, MeLadyMaker 3,96 ETH. Auf Platz 4, Oniforce 0,67 ETH im Flur. Auf Platz 7, Pachi Penguins 4,09 ETH. Auf Platz 8, Asuki 4,65 ETH. Auf Platz 9, Bored Ape Kennel Club 1,88 ETH. Und auf Platz 10, Nunes 34,8 ETH. Dann schauen wir gleich auf Platz 11, weil dort auch ein großes Plus. Aktuell The Captains auf Platz 11, 3,78 ETH im Flur. Dann Doodles auf Platz 18, 1,34 ETH. Auf Platz 23, Heavy Metal, hier 0,5 ETH im Flur. Nakamigos auf Platz 24, 0,3 ETH im Flur. Jutes auf Platz 27, 1,14 ETH. Dann weiter hinten Platz 43, CoolCats NFTs 0,59 ETH. Moonbirds auf Platz 44, bei 1,35 ETH. Mooncats auf Platz 62, 0,29 ETH. Ether auf Platz 66, 0,2 ETH. Renga Platz 68, 0,22 ETH. Obligatorisch auf Platz 77, Yamabushis Horizons bei Richard Nadler, 1,92 ETH. Direkt dahinter VFriends Series 2, 0,15 ETH im Flur. Dann auf Platz 98, Base Paint unter 0,01 ETH. Auf Platz 99, Murakami Flowers Official, 0,3 ETH. 4 ETH und auf Platz 100, Mutant Cats, 0,15 ETH. Das war sie auch schon, unsere Montagsfolge dieser Woche. Ihr hörte es, es ist aktuell wieder ein bisschen mehr los, obwohl wir uns noch in einem Bärenmarkt befinden. Viele große Akteure des Marktes bewegen sich, investieren und arbeiten an unserem Lieblingsthema Web3. Also, wenn du nichts mehr verpassen möchtest, dann bleib dran an diesem Podcast. Abonniere ihn, abonniere uns bei YouTube, abonniere uns bei deinem Lieblings-Podcast-Anbieter. Hinterlasse uns gerne eine positive Bewertung, am besten natürlich die volle Bewertungszahl. Und wenn du Lust hast, aktiv an den Themen mitzuquatschen, dann melde dich doch bei uns auf dem Discord. Schreib uns nett an und wir und die Community gehen mit dir in den Diskurs. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, als wir freuen uns, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Und es heißt All in NFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.